Hallo und herzlich Willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chronik eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiede. Und heute zur 50. Podcast-Folge, da kann man mal kurz applaudieren, ja? Ey, 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 cool, cool, cool. Ja, da will ich einfach mal ein Thema reinsteigen, was vielleicht bald mal auch ein größeres Thema in der Öffentlichkeit werden könnte. Aber es geht auch so um etwas Grundsätzliches. Und zwar die Frage, ist der Maler und Lackierer, ist der purer Luxus für einen Privat- oder öffentlichen Kunden, ja? Ist der purer Luxus? Wir treffen heute mal ein paar Unterscheidungen, ein paar grundsätzliche Unterscheidungen, womit der Maler zu tun hat. Und können darin natürlich sehr gut unterteilen, was ist Luxus und was ist eben notwendig. Und zu diesem Thema im Prinzip, worum es gleich geht, habe ich schon mal ein Video gemacht, weil du mehr der visuelle Typ bist. Dann kannst du gerne mal auf YouTube gucken, auf dem YouTube-Kanal Malerwissen Thiede. Falls du noch kein Abonnent bist, werde gerne Abonnent, dann wirst du auch über neue Videos immer informiert. Und kannst den Podcast sogar über YouTube dir anhören. Und ja, da gib einfach mal Sanierung, Renovierung, Modernisierung, der Unterschied, ja? Gib das mal ein, du wirst es sofort finden, denke ich mal. Und kannst es dir dementsprechend nochmal angucken. Ansonsten geht es hier jetzt um diese Unterscheidung Sanierung, Renovierung, Modernisierung. Der Maler hat immer damit zu tun, immer mit einer oder zwei von diesen Geschichten, ja? Von diesen Abteilungen und deswegen gehen wir da mal näher rein und gucken, was ist Pura Luxus und was ist nun mal zwingend notwendig. So, angefangen mit der Sanierung. Ist der Maler Pura Luxus in der Sanierung? Kommt drauf an. Wenn du einen großen, großen Schaden hast, dann musst du ja irgendwie diesen Schaden beheben, damit du weiterleben kannst in deiner Immobilie, weiterleben kannst in deiner Wohnung, in deinem Haus, wie du vorher auch gelebt hast. Also es ist zwingend notwendig. Zum Beispiel einen Riesenwasserschaden und du, ja, dieser Wasserschaden ist im ersten Stock passiert und im Erdgeschoss hat es dir aus der Lampe getropft. Der gesamte Gipskarton hat sich vollgesogen, die gesamte Dämmung hat sich vollgesogen und, ja, dann musst du da irgendwas machen, ja? Du musst es aufmachen, du musst es trockenlegen, all das vollgeschwemmte, aufgeweichte Zeug muss runter, muss weg und es muss alles neu aufgebaut werden nach der Trocknung. Und nach der Ursachenbehebung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Eine Sanierung ist eine sozusagen Instandsetzung. Alles wird gemacht, wie es vorher war. Alles wird zum ursprünglichen Zustand zurückgesetzt, wie es vorher war. So, und das ist eine Sanierung. Und deswegen würde ich sagen, das ist meine persönliche Meinung, das ist zwingend notwendig, das ist jetzt nicht purer Luxus. Ähm, und ja, damit du einfach auch gesundheitlich zu einem großen Teil nicht eingeschränkt wirst durch Schimmel und so weiter, ja? Deswegen würde ich sagen, Sanierung ist jetzt kein purer Luxus. Es ist notwendig zu einem großen, großen Teil. So, kommen wir gleich zur Renovierung. Ist der Maler und Lackierer purer Luxus für den Kunden bei einer Renovierung? Ich würde hier schon sagen, ja. Weil eine Renovierung ist laut Definition ein Tapetenwechsel, ja, ein wirklicher Tapetenwechsel. Oder es ist halt nur streichen. So, es ist also, eine Renovierung ist jetzt nicht zwingend notwendig, weil es wird nicht irgendwie etwas nur auf ursprünglichen Zustand zurückgesetzt, weil es gemacht werden muss, wie bei der Sanierung, sondern einfach, weil man es schöner haben möchte, man möchte es wieder aufgefrischt haben oder man möchte mal einen kompletten Tapetenwechsel haben, weil einem die weiße Raufaser nicht mehr gefällt, ja, die fünfmal überstrichen ist oder was auch immer. Und deswegen würde ich hier schon bei der Renovierung, ab der Renovierung sagen, der Maler ist schon in gewisser Weise Luxus für die Renovierung. Wenn du nicht alles selber machen möchtest, musst du hier etwas Geld in die Hand nehmen, um deinen Wohntraum, sag ich immer so schön, dein Wohntraum zu, also erfüllt zu bekommen. Ja, wenn du nicht selber so ein Bastler bist, so ein Hobby-Maler, ja, der mal schnell sich das Teserkrepp von Baumarkt holt und die 911-15-Farbe aus dem Baumarkt oder so, da gibt es auch echt gute Farben, keine Frage, aber Baumarkt ist, naja, ja, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen mitgemacht und jeder hat seine eigenen Vorzüge. Deswegen, da jetzt kein weiteres Wort zu. So, also, Renovierung würde ich sagen, ist schon in gewisser Weise ein kleiner Luxus, ja, wenn du nicht, ja, unbedingt, wenn dir nicht unbedingt die Tapete von der Wand fällt, also, ja. Also, eine Renovierung ist etwas, was etwas verschönert und etwas schöner macht, als es vorher war. Ob die weiße Farbe, die jetzt dran ist, noch weißer wird und so weiter, ja, das ist halt, es wird trotzdem verschönert, deswegen zählt es nicht unbedingt zu einer Sanierung. So, und dann kommen wir zu Punkt Nummer drei, einer Modernisierung, da muss ich sagen, der Maler und Lackierer ist purer Luxus in Sachen Modernisierung. Warum? Modernisierung ist nicht zwingend notwendig, sie ist wirklich, wirklich Luxus, wenn du so willst, weil was zählt denn zu einer Modernisierung, ja, also, eine Modernisierung ist laut Definition, würde ich jetzt einfach mal, ähm, so simpel wie möglich sagen, äh, schneller, weiter, besser. Also, Energiesparner, ähm, Luxustapeten, hochwertige Sachen, ja, alles, wo du hochwertig, also das Wort hochwertig vorsetzen kannst, hochwertige Fliesen, hochwertige Böden, ob Designbelag oder was auch immer, Vorwerkteppich, ähm, ob du hochwertige Tapeten, hochwertige Stuckleisten, hochwertige dekorative Spachteltechniken und so weiter, ja, Blattgold oder so, ähm, das ist, das ist alles nicht notwendig, das ist alles dein Wille, dein Traum, dein Wunsch, dass du das an deiner Wand, an deiner Decke, an deinem Boden haben möchtest, außen an der Fassade, äh, auf deinem Dach, die, die Photovoltaikanlage, dann, ähm, dann am besten noch, äh, eine Heizwasserwärmepumpe, hier Warmwasserwärmepumpe, ja, das ist alles eine Modernisierung, ähm, falls du vorher eine Gasheizung drin hattest und du willst jetzt, ähm, heißt es Luftwasserwärmepumpe, ich glaube schon war, ähm, kannst du es mir ja in die Kommentare schreiben, ähm, aber, ja, sowas ist halt eine Modernisierung, es ist purer Luxus, du könntest auch überleben, wenn die Gasheizung drin bleibt, du könntest auch überleben, wenn deine Tapete zwar so ein bisschen vor einer Wand fällt oder wenn die, wenn es eine schlichte Raufasertapete ist, die überall dran ist, die weiß gestrichen ist, ohne Makel und was auch immer oder vielleicht ein bisschen Makel, ist völlig egal, du könntest so auch noch die nächsten Jahre leben, kein Problem, deswegen, Modernisierung ist dein Wille, ist ein purer Luxus, als er denn es wird von der Regierung vorgegeben. Dann ist es natürlich, äh, ja, trotzdem irgendwo ein purer Luxus, es ist auch ein bisschen notwendig, aber da wollen wir mal sehen, wo es hinführt, wo es vielleicht auch nicht hinführt, ja, ich bin ja viel in Austausch mit vielen Handwerkern und alle, so ziemlich alle, haben dieselbe Meinung. Und auch die Statistiken lügen nicht, deswegen, ja, gucken wir mal, wo einige Beschlüsse hinführen, beziehungsweise nicht hinführen. Ja, das soweit zum Maler purer Luxus. Falls dir noch irgendwas fehlt hier drin, dann schreib es, wie gesagt, gerne in die Kommentare oder ich hinterlasse dir auf Spotify und Co. eine Interaktion. Ja, du musst einfach mal kurz gucken, unter dieser Folge gibt es manchmal Fragen oder Umfragen, nimm daran gerne teil, ich freue mich über jeden Teilnehmer und freue mich natürlich auch immer, was da so bei rumkommt an Antworten und bewerte natürlich auch diesen Spotify-Podcast gerne ehrlich. Und ja, manchmal labere ich so ein bisschen freier rum, aber mein Gott, dafür ist es halt ein Laber-Podcast, ja. So viel dazu. Sanierung, Renovierung, Modernisierung. Für mich ist der Maler purer Luxus in der Renovierung und in der Modernisierung, vor allen Dingen in der Modernisierung und nicht in der Sanierung, weil die Sanierung ist in den meisten Fällen wirklich, wirklich nötig. Die willst du vielleicht gar nicht, die ist aber nötig, weil ein Schaden vorliegt, egal ob du willst oder nicht, ja. So viel dazu. Ich wünsche dir jetzt noch eine geile Woche und wir hören uns nächsten Montag in der neuesten Podcast-Folge. Bis daheim. Ciao, ciao.